Hi, Oliver Franzen, Premium Personal Trainer aus Bonnmider. Ich zeige euch heute eine Masseaufbauübung für die Wadenmuskulatur. Leider hat nicht jedes Studio Geräte zum Aufbau der Wadenmuskulatur. Deswegen zeige ich euch eine Variante mit einer Kurzhantel, so dass ihr die Wadenmuskulatur effektiv trainieren könnt. Bei dieser stehenden Variante mit gestrecktem Kniegelenk geht es vor allem um den zweiköpfigen Zwillingswadenmuskel, der über Fuß und Kniegelenk zieht und die Wade ausformt. Das sieht so aus. Ihr haltet an der Körperseite eine Kurzhantel, auf der gleichen Seite einen Fußball auf Erhöhung stellen, das kann ein Stepper, eine kleine Box oder ähnliches sein. Haltet euch mit der freien Wand an dem Gerät fest, allerdings nicht richtig von oben drauf drücken, sondern nur ganz leicht anlehnen und den Körper stabilisieren. Den freien Fuß hinten einhaken, aufrecht stehen, richtig Körperspannung halten, das heißt, auch Beine, Po, alles ist fest angespannt. Und dann langsam die Ferse so weit wie es geht absenken und mit dem Ausatmen maximal anheben. Einen kleinen Moment halten, langsam und kontrolliert wieder absenken und mit dem Ausatmen wieder anheben. Wichtig, keine wippenden Bewegungen durchführen, sondern wirklich langsame und kontrollierte Bewegungen. In der tiefsten Position ist die Muskulatur spürbar vorgedehnt. Am höchsten Punkt erreiche ich die maximale Kontraktion in der Wadenmuskulatur. Deswegen die Endpunkte ruhig mal eine Sekunde halten. Ansonsten langsam und kontinuierlich ohne wippende oder zu schnelle Bewegungen durchführen. Das ist wie gesagt eine Variante, wie ihr die Wadenmuskulatur trainieren könnt, auch ohne Gerät. Ihr braucht lediglich eine Kurzhantel. Wenn ihr die Übungen zu Hause ausführt, können auch mal ein oder zwei dickere Bücher herhalten oder eine Treppenstufe. Irgendeinen Absatz findet man in der Regel immer, wo man sich draufstellen kann. Und die Übung kann im Prinzip wechselseitig ohne Pause ausgeführt werden, mit drei bis vier Durchgängen, vielleicht sogar mal fünf, eine wirklich gute Masseaufbauübung für die Wadenmuskulatur als Ergänzung am Beintag. Viel Spaß und Erfolg beim Masseaufbau für die Waden.